Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fallout 4. Ja, das sieht doch schon alles ganz anders aus wie da mit der Beweglichkeit. Wir hatten in unserem letzten Part Probleme, dass wir uns nicht richtig bewegen konnten. So, der Legendäre ist da auch. So, der Stimpack rein. Ja, wir sind hier mitten in der Mission, falls einer den letzten Part nicht gesehen hat. Wir müssen den Sohn vom Abraham Finch befreien. Wieder eine kleine Nebenquest. Und wo er entführt von den Gunnern her. Und wir hatten in der letzten Folge irgendwie das Problem, dass die Steuerung sich irgendwie festgebackt hatte. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Die Steuerung hat nicht richtig funktioniert. Und deswegen hat irgendwie auch gar nichts so wirklich funktioniert gehabt. Aber ich denke mal, dass wir das Problem jetzt behoben haben. Klasse. Auch noch Geschütztürme. Dann brauchen wir nix von. So. Den haben wir weg. Dann haben wir hier noch was Schönes. Jetzt sind wir wieder draus. Gut. Gut. Okay. Hier sind auf jeden Fall noch Gunner. Was war das? So. Ein Quatsch. Jetzt habe ich wieder zu viel. Da habe ich wieder irgendwas aufgehoben, was mich hier... So. Das kann raus. Das hatte ich aber vorhin schon rausgeworfen. Na, kann sein, dass es vorm Safe war. Der ist weg. Gunner Corporate. Komm, wandern wir mal hoch. Wir treffen wir ja nicht. Auf über die Mauer. Auf über die Mauer. Na, ich wollte nur gucken, ob hier noch was tolles liegt. Na, ich wollte nur gucken, ob hier noch was tolles liegt. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was tolles liegt. Ein Gunner-Solder. Pfff. Wir dann schon möchte ich wegstecken. Kampfrüstung. Helm. Lass mal schauen. Kleidung. Kampfrüstung. Helm. 10. Ja, dann ziehen wir doch den an. Den schmeißen wir raus. Jetzt haben wir hier wieder nichts. Was? Ja. 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 So, jetzt haben wir noch den Corporal. So, den haben wir auch. Die Brücke. Wie können wir die denn jetzt runter? Ja. Ja. Die sind auch von dem, von dem Terminal hier. Benutzen. Benutzen. Schrottplatz Manifest, Kransteuerung, Turmsteuerung, Kransteuerung, Kransteuerung, Kran runterfahren. Und... Und... So... Was ist das? Was ist das? Ja. Alles klar. Das war's. Das war's. Ja. 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 Und jetzt lass mal gucken, Kampfriss zum linker Arm. Raus. Linkes Bein. Raus. Militäruniform. Raus. Weg. Haben wir sie jetzt alle hier oben. Waffenfabrik. Warte mal, hier wollte ich doch auch mal gucken. Modifizieren. Du erfüllst nicht die Voraussetzungen um diesen Gegenstand. Was? Oh. Okay. Okay. Ah, hier können wir echt die Waffen verbessern. Dann müssen wir, das müssen wir uns mal irgendwann angucken. Wenn wir mal richtig Zeit haben. So, was heißt richtig Zeit? Wenn ich mal die Zeit nehme, dann habe ich die Zeit. Aber ihr wisst, glaube ich, wie es ist. Komm, geh hoch. Komm. So, wo findet man jetzt ein Kollege? Ist der irgendwo? Ah. Oh. Captain Britain. Shit. Huh. Da gibt es noch einen Captain. So. Das war es mit dem Captain. Die hat vorhin die Atombobbe auf uns gefeuert. Das Milchstück. So, Kumpel. Wollen wir dich mal befreien? Nein. Hey. Du wirst mir jetzt helfen, oder? Ja. Wieder mal. Keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott. Danke. Verschwinden wir. Langsam wird es teuer, Kumpel. Weil es ist nicht das erste Mal. Schauen wir mal, was der Ape hat. Das müssten ja ein bisschen was wert sein. Sein Sohn. Sonst hätte er nicht bei uns Managements angefragt. Und das sücht ist falsch. Hm. Die Kühe lieben das Wasser immer noch. Egal wie verseucht. Na Ape. Scheint wirklich was zu werden. Abraham. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Denkt immer dran. Das alles ist nur wegen der Minutemen möglich. Das wissen wir. Deshalb unterstützen wir die Minutemen auch. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir in Zukunft helfen werden. Dankeschön. Ich spreche mit Preston Garvey. Bist du Garvey? Wir kommen schon wieder. So. Und dann haben wir vielleicht sogar Level Up. Mal schauen. Wirklich schön. Mh 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 mh. Tut mir. Ich hab den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Siehst du. Ich hätte da noch was, um das du dich kümmern könntest. Ich hab schon gegen die Gunner gekämpft. Irgendwas sagt mir, dass nur die Verteidigungslusten wollen. Leute werden deine Hilfe brauchen. Verteidiger County Crossing. Da hab ich jetzt keine Zeit für. Jetzt beschäftigen wir uns mit anderen Sachen. Weißt du was? Weil das ist halt so. Das ist so ein endlos Ding. Da fehlen noch zwei. Da noch drei. Also noch fünf Level. Nur passt. Schön. Schau uns an hier. Schau uns an hier. Daten. Bau Miele auf. Da reisen wir hin. Und dann bauen wir die gute Miele auf. Ich glaube, zu wissen, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass da halt auch gute Action ist. Und dass er sie deswegen nicht selber aufbauen konnte. Ja. Und deswegen wurden wir wieder geschickt. Wie immer. Das war's dann wohl für dich. Das war's dann wohl. Das war's dann wohl. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Alles cool. Nein, 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 nein. Zeit im Anmarsch. Boah. Boah. Tschüssi. So, baue Miele auf. Gleich schon wieder keine Munition. Was meinst du, was das war? Weg. Einfach so. So. Kleidung. Waffe. Kampfgewehr. Wo kommen die denn jetzt schon wieder alle her? Hä? Nö. Ach, da oben. Ach ja, das ist auch die Bedrohung gewesen. Genau. Weil da müssen wir hin. Tschüssi. Für eure Überheblichkeit. Für eure Überheblichkeit. Wir überheblich niemals. Ah, ich dachte das wäre ein Heftchen. So, wo geht's denn hier rein? Hier? Ja. Dreckiger Ton. Stimmt. Nö. Du dich zu viel bewege. Du dich zu viel bewege. Ich muss mich ja bewegen. Ich... Ich glaube, die sind weg. Glaubst du? Ich glaube nicht. Ich glaube... Wir laufen noch mehr rum. Wir laufen noch mehr rum. Mindestens noch einer. Schreien um wertloses Leben. Schreien um wertloses Leben. Ich komme kämpfen. Ich bin... Beruhige dich. Mist. Ich bin runtergefahren. 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 Format dahint. Ich bin runtergefahren. Es war schon mit einer Bogen. Tschüssi. Sind die jetzt beide runtergefallen? Ja. Okay. Müsst ihr jetzt noch weiter hochgehen? Ich weiß jetzt nicht, ob noch mehr Mutanten da sind. Ich glaube fast nicht. Dann können wir nämlich gleich diese Miele aufbauen. Miele aufbauen. Abgeschlossen. Er startet Tüfteltombericht. Okay. Jetzt gehe ich erstmal noch hier rüber. Hier wird es zwar nichts geben. Da komme ich auch nicht auf. Da komme ich nicht auf. Das war klar. Okay. Ich laufe hier mal noch entlang. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Und ja, Kommentare sind immer gerne gesehen von mir. Und ich hoffe einfach, dass wir uns in der nächsten Folge dann noch wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao. Ciao. Bis dahin.